DAD! 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 Wo stehst du denn da? Ich geh mit an den Truck Und pass auf, dass der Sandbag sich ausruhe oder hoch Die Sandbags rein vorstellen Ja, aber das Problem ist, dass du wieder alleine Ich sag, ich geh da bei B auch nicht alleine Dann geh du da mit rein, Dennis Ja, ich muss die Gas werfen Gehst du mit rein, Digga? Gehst du mit raus, Steve? Nein, A. Direkt A Ja, dann mach ich mit raus Chris, ich komm mit dir mit, ja Ich stun dir vor, ok? Ja, dann stun du mir Oder sowas, keine Ahnung Nix hier! Wird A, ha? Nee, 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 einer war... Mitte down Einer war noch auf A, Jungs Soll ich dir helfen? Digga, wenn ich mich belege, ich seh die Map doppelt Torbogen, Torbogen Bei mir, letzter War der, war der, war der Letzter war bei mir Nicht sterben Mitte am Truck Äh, im Mittelhaus Äh, deren, 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 deren 200 Mal ich natürlich One shot Nice, let's go Jungs, jetzt volle Konfliktion Digga, ich hab den im Viereck durch den Schlitz und einen Millimeter gewollt, wie geht das? Egal Jalla, Abfahrt Willst du die Bombe nimmst, die Fall, du hast zwei Kills Kann ich probieren, ja, noch nie gemacht auf der Map, ne Noch nie Aber wir gehen alle rein da So, ich nähe Panzerklasse Ja Ich nähe euch vor Ich hab Gas, glaub ich Wenn der Nade kommt Sind drinnen Hinter uns, hinter Woah Hinter uns schon Oben Hinter uns Nicht die Bombe so platzieren Nein Einer, einer vor und einer front bei denen Chill Alter, bleib du so, Steve Guck du hoch, guck du hoch Hinter Ich bin so schnell da unten Jetzt krass Der drückt ja auch noch fast Oh, wieder hat noch einer hinter uns Der letzte noch hinter uns Oh, wieder hat noch einer hinter uns Das ist ja, der ist schlecht, der ist schlecht Ah, du bist laut, scheiße Nein, 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 nein Doch, 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 muss er Ja, ich glaub mir Er ist kein Toten mehr Er ist kein Toten mehr Ja Die Soundtrug Der lässt die Typen hinten drin sein, komm Wer wird da auch mal den, 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 den Schlitz ab gucken, dass du hinter die Bombe gehst, du musst in der Menschen challengen Nein! Oh mein Gott, ey, ich speichere das ab. Ich schaue mal den Router speichert ab, der ist alles schlecht. Die spielen mit denen nie wieder mit den Typen. Ich komme jetzt nicht mehr in zwei Zeiten. Ich speichere das ab, der ist schlecht. Der ist schlecht. Der ist schlecht. Oh mein. Das ist Molokko für frei, Alter. Shisha by ever, Alter. Das geht klar. Let's go. Ich stun dir. Der ist trotzdem Gas, ne? Ja. Zwei Meter am Auto! Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Oh, ja, Digga. Er kommt hoch. Ja. Na, jetzt kommt zurück. Du hast runter gehüpft. Er kommt hinter uns. Ja, da fast. Kann sein, dass er hinter uns kommt dann. Unsere Spawn. Und ich gehe auf der Tat! Explosive plenty! Sprache majors! Du, ciao! Påup. Sorry. Fuck, oben am Haus! Explosive plenty! Die sind so Ąredible, ne? Ze back the green! Jetzt hast du ihn in these traps. Die musst du an den Ganst weiter Gefeってる. was soll ich da machen schneller sein wenn er es nicht abendet er hat sich in der Klinik wir versuchen aber deine Prozent und Prozent er läuft mega schnell nicht mehr schlägt ich denke ich lege mich hier vorne an die Tonne und dann sehe ich wenn er durchgeht die Begründung denn du kommst die durchlaufen eine Bombe zweit bin ich zweit wenn ich da alleine drauf er drauf Spray bringt das gar nichts man einer pusht sich vorne Junge man will er noch mehr schlucken der Chaosbüste man der Neff ist gut er rast sich aus mann zwei Schüsse der Neff ja guck's dir an komm Digga das ist gerade seit dass er keine Streets hat ne 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 nächstes mal wäre es für Vorteil wenn ich nicht alleine da drauf steht so Baby ich wollte halt weg rühren wie Hühner ich war direkt vor der Neff ja ich weiß es auch ich mein Neko Torbogen ah ich brauch sofort Hilfe sofort Chris geh du mit geh du mit Chris oder ich bleib geh du mit geh du mit ich bin da Digga passt einer muss mit da haben Torbogen jetzt einer Torbogen kommt jetzt einer Dürfte keine hinter uns kommt Dennis können die? nein habt ihr habt ihr Mitte dass die nicht Mitte A reingehen ja ja wir haben nicht unter uns der ist hinter mir gekommen 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 oh man wo der liegt da der liegt auf dem Boden der ist aus oder echt sowieso hinterbombe worden statt der MPEX war der? ja der ist um Haus der ist um Haus nice ey Jungs das darf nie wieder passieren ne dass der einfach über unser Spawn kommt ne nein konnte der nicht der ist nicht über unser Spawn sechentlich gekommen der ist unter uns durchgelaufen ich bin da nicht blöd bleib oh scheiße ich saß ja also ich war ja leider an den Setbacks dran das ist natürlich nicht scheißegal ja ich war nur oben haust der ist unter uns im Mittelhaus durch ja ich weiß aber ich hab das noch nicht zusammen geht A 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 Jungs 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 Ja wir gehen doch A chill doch ja warum aber über Mitte um ein Nape kill zu machen ja wir haben das sonst Mitte einer Sandback Swanshot Ich bin durchgelaufen, bei denen einer hat Fenster in die Klo. Eine neben dem Job. Flieg bei denen Klo. Mitte. Hat mich gesehen. Einfach immer noch strafen, bitte. Ey, Jungs, es kann eine ganze Zeit wie bei uns das vorkommen, also es ist nicht. Ich habe nur die Mitte. Wenn er in die Mitte reingeht. Ich habe hier, ich habe hier. Einer in der Mitte und einer hinter euch, oder? Ich habe hier, geh nicht, geh nicht, guck nicht, guck nicht. Nein, ich bin sicher. Chill, 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 spieg langsam. Habt ihr Bombe, Jungs? Ja. Letzter bei mir, glaube ich. Bombe safe. Guck mal, Bombe bitte. Safe. Der ist in B. Ja, der kommt da in die Wand. What? Bin kurz vor Fullstreak. Ey, Jungs, jetzt ist Big Groomed, ne? Habt ihr gehört? Ja. Chris, mach da jetzt Druck auf B, ne? Chris, soll ich alleine reingehen? Kannst versuchen, ja. Ja, ich gehe. Aber ich stun dir, dass ich vielleicht noch ein Dings kriege. Mitte gestunt, zwei Stück am Auto. Die Nelden hier. Einer unten im Haus. Bleibt durch, glaube ich. Ja, nein, das war alles. Ja, das war alles. Ja, das war alles. Ja, das war alles. Einer war Mitte. Hier, VB-Eingang. Tschüss, ich bin, du bist laut. Ja, hab doch nicht alles. Ich hab hinter uns. Na, er kann ja nur oben aus sein, ne? Ich stehe wieder zu offen, ne? Na, du... Ja, ja, komm da einfach raus, schnellstmöglich. Oh, genappen. Ja, oben aus. Das, ja, wenn du jetzt draußen gewesen bist, na, egal. Wo war der, wo war der andere? Da, weg, 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 komm. Ja, tsch, 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 tsch. Sehr schön, Steve, junges. Sehr schön, du bist mein Mann, alter. Fick die. Hast du Streaks, M-Fax? Ich hab voll Streaks. Perfekt, junger. Bester Mann, alter. Dieser Moloko, alter. Mega, das war's mit denen heute. Ich spiel nicht mehr mit denen. Egal, ey, ey, freut euch nicht zu früh. Oh, ich soll's. Ja, Mann, let's go. Wir gehen jetzt A nochmal. Ich mach jetzt, lass mich die Mitte machen. No. Geht bitte alle A, bitte. Wir werfen Gas auf B. Nade die Sandbags. Angeltet irgendwas auf B oder Mitte aus. Irgendwas hab ich genadet. Keine Ahnung wo. Nicht Sandbags. Oh, Maus, oh, Maus. Einer hinten, einer hinten, vorne, rechte Seite. Lass zurück, lass zurück, lass zurück. Er kommt vor, im Headglitch, im Headglitch, im Headglitch, ist der. Hat mich gesehen. Stark, Mann. One shot, one shot, bitte, one shot, bitte, one shot, bitte. One shot sagt der. Hab ich. War der? Let's go, Mann. Oh, fucker. Alter, wie ich den weggeballert hab, Alter. Junge, Junge, Junge. Schön's geht. Alles gut zu spät, Digga. Let's go, Mann. Let's go, Alter. Ich hab, ich schon, ne. Ich hätte jetzt, ich könnte am besten nicht aufhören mitzocken, ne. Ohne Witz, ja. No, komm, überlegen, ob ich pernere. Ich merk schon, dass ich nie gewähne. Alter, hör mal auf. Okay. Egal, perfekt gespielt heute, Jungs, ne. Korrekt, Alter. Nico, ich will jetzt nichts sagen, ne. Hm. Es kann sein, dass zwei in der Mitte waren, wenn du dir nicht sicher bist, ob One Shot oder nicht, weil wenn dir wirklich nur einer war, ich habe denen gerade noch vier Bullets gegeben. Die neugierige Däume geben.